Kim Kardashian hat beschlossen, ihren Beitrag für die Opfer des Typhoons auf den Philippinen zu leisten. Und was könnte man besseres mit alten Kleidern machen, als sie zu versteigern? Genau das macht Kim jetzt auch und listete einen Haufen ihrer alten Klamotten, von Designer-Roben bis hin zu T-Shirts auf Ebay. Die Erlöse von den Höchstgeboten von jedem Kleidungsstück werden an das International Medical Corps gespendet, das Hilfe für die betroffenen Gebiete bereitstellt. Es gibt nur ein Problem. Auf ihrer Website schreibt Kim, die Erlöse gehen direkt an die Betroffenen, aber laut ihren Listungen auf Ebay werden nur 10 Prozent von dem Geld gespendet. Wir fragen uns, ob Kim weiß, dass nur ein kleiner Teil des Geldes für die Hilfe verwendet wird. Wie auch immer, Kims Kleider werden sicher viel Geld einbringen. Und für eine wichtige Sache wie diese ist auch jede noch so kleine Menge ein wichtiger Beitrag.